Hey Leute! Endlich ist es soweit. Ja, es ist soweit. Es ist soweit. Das Kartell saß zusammen. Das Rasenkartell hat sich mal wieder getroffen und will euch in Zukunft mehr einbinden. Wir können nicht ohne euch, also wollen wir mit euch zusammen was Tolles auf die Beine stellen. Wir haben uns überlegt, wie wir besser mit euch kommunizieren können. Wir haben uns für euch die Köpfe heiß geredet. Und deshalb werden wir ein Live-Video bringen. Live mit euch auf YouTube. Wir wollen euch interaktiv in das Kartell mit einbinden. Wo ihr Fragen stellen könnt. Und so einen Mehrwert für alle schafft. Diskutiert mit uns, wie wir das Rasenkartell noch attraktiver für euch gestalten können. Also schreibt beim Live-Dreh fleißig eure Kommentare in den Chat und lasst uns diskutieren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Also seid dabei, gestaltet das Kartell neu am 23.04. um 20 Uhr live auf Greenkeeping Großen Heide. Vielen Dank. Bitte schön. Hier kann gauche, wie wir mit euch angeben sind. Auch die Zerr, die Zerr da irgendwie besuchenareth und in derچen werden können. Aber shocks같ig shows mir die Zerr-之前 hope, Und wir haben ganz schönulating das. unter месте. Und wie wir eine Indste guideden, Und bis ins sind in unsere weakened Vielen Dank.